Sehr bespannt mit Nylonsalgen, klingt also etwas ganz anders als die E-Gitarre. Und ich möchte einmal ganz kurz demonstrieren, wie sie klingt mit einer Melodie aus dem 16. Jahrhundert. Oh, sehr alt, aber immer noch wird sie überall gespielt. Und zwar ist das eine Melodie, die heißt Greens Leaf. Wenn ihr sie hört, kennt ihr das bestimmt. Das ist eine Melodie. Das ist eine Melodie. Das ist eine Melodie. Applaus